Hi Leute, hier ist Iso von Supersport. Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Ich wollte euch heute hunderte Sätze vorstellen. Das heißt, diese Übungen sind für einen Hammerpump. Ihr kriegt wirklich richtig schön Blut in den Muskeln. Der Muskel wird schön voll und wird auch automatisch sofort danach wieder geschlossen. Wichtig ist, dass ihr bei hunderter Sätzen nur eine Übung pro 100 Wiederholungen pro Übung macht. Das heißt, ihr braucht nicht vier Sätze machen, wie bei einer anderen Übung. Ihr macht nur einen einzigen Satz pro Übung mit 100 Wiederholungen. Am besten macht ihr Brust, Geradebank oder Schrägbank oder Fliegende. Nur die drei Übungen. 100 Wiederholungen. Und das könnt ihr bei allem machen. Bei Schultern, bei Nacken, bei Bizeps, Trizeps. Egal welche Übung. Hauptsache, ihr macht 100 Wiederholungen. Macht blitzartige Übungen. Spannt den Muskel minimal immer oben an. Und dann werdet ihr sehen, was ihr für einen Hammerpump bekommt. Ich mache euch das immer vor. Ihr müsst, wichtig ist wenig Gewicht. Also, damit ihr die 100 Wiederholungen schafft. Wenn ihr nämlich zu viel drauf macht, dann werdet ihr nicht auf keinen Fall schaffen. Habt ihr gesehen? Blitzartig anspannen. Ausdrücken, anspannen, anspannen, anspannen. Das ist ganz wichtig. Auch wenn ihr 100 Stück macht und der Muskel bremt die Fall, probiert anzuspannen. Alles klar.